Mahlzeit und einen schönen Sonntag. Glasnost i perestroika. Das waren die Rufe damals, nicht bloß die Rufe, sondern das war die Losung, die Gorbatschow, ich sage jetzt einfach stellvertretend, Gorbatschow herausgegeben hat. Das heißt also Offenheit und Umbau. Das hat man in der DDR dann gerne übernommen. Und weshalb ich auf dieses Thema komme, mir geistert es auch schon die ganze Zeit im Kopf herum, so wie es Markus Heinz, dem Rechtsanwalt geht, der Querdenken-Bewegung. Und der Mann ist, wie soll ich sagen, ja, er wird langsam kritisch, weil es ist alles gesagt. Es gibt, er macht sich Gedanken darüber, auf seinem Kanal zum Beispiel, ich werde alles verlinken, we the people, also wir sind der Souverän. Er macht sich ganz ernsthafte und schwere Gedanken darüber, was wird denn da jetzt gefordert? Wenn die Leute alle auf die Straße gehen, was ist die Grundforderung? Was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Und ich lasse es mal, ich hoffe, er ist damit einverstanden, ganz kurz mal, lasse ich ihn kurz mal selber sprechen. Ja, gut. Warum? Weil diese Forderungen für die Mobilisierung auf der Straße völlig irrelevant sind, weil sie für die herrschende Klasse absolut ungefährlich sind, weil man damit keine Menschen mobilisieren kann. Deswegen haben wir auch kein großes Problem, diese Forderungen abzudrucken. Die werden wahrscheinlich weniger abdrucken, Plakate, wo dann draufstehen würde, wir möchten Frieden mit Russland, wir möchten den Ukraine-Krieg durch Verhandlungen beenden, wir möchten eine Energieversorgung, eine gesicherte, wir möchten weniger Inflation, wir möchten einfach eine Geldwertstabilität, wir möchten da eine bessere Politik. Es ist relativ schwierig, das abzudrucken, weil das wären die Kernthemen, was die Menschen auch wirklich betrifft. Ja, was die Menschen auch wirklich betrifft, richtig. Es geht um diese Kernthemen. Und er macht sich so viele Sorgen, dass er heute nochmal auf diese drei Kernforderungen, die eigentlich auf alle Plakate gehören und die alle in aller Munde gehören, damit wir wirklich alle Leute erreichen. Da hat er sich heute nochmal dazu geäußert, kurz der Auszug. Ja, und nochmal die Frage, was ist der gemeinsame Nenner? Oder was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Den muss man halt am Ende finden. Und es ist aktuell halt oft so, dass viele Gruppen da wirklich unterwandert werden. Das wird dann dazu führen, dass die halt vom Verfassungsschutz beobachtet werden, teilweise auch zu rechts beobachtet werden. Ich weiß jetzt zum Beispiel bei den Corona-Rebellen, das habe ich im NRW-Bericht mal gelesen, dass die da drinstehen. Gut, da stehen viele andere auch drin. An sich muss jetzt noch nichts heißen. Aber ihr müsst euch halt einfach mal überlegen, was ihr auf der Straße für ein Bild zeigt. Und ich bleibe bei diesem Antifa-Bericht. Das heißt jetzt nicht, dass ich übergelaufen bin. Aber ihr müsst einfach mal auf beiden Seiten gucken, hey, was berichtet man eigentlich so über uns? Und wenn ich dann auch wieder die ganze Thematik sehe, ja, wir sind das Verfassungsvolk. Deutschland 276, wir sind der Souverän. Gut, in meinem Kanal steht auch drin, wir sind der Souverän. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt morgen eine neue Verfassung möchte oder übermorgen oder wann auch immer. Weil auch da muss man mal drüber nachdenken. Liebe Leute, was wäre denn passiert? Im Jahr 2020, im Jahr 2021, hätte es in Deutschland eine neue oder eine echte Verfassung gegeben, durch das Volk gewählt, bestimmt, wie auch immer. Das läuft im Zweifel immer durch Vertreter. Was wäre denn da passiert? 2020 hätte man alle positiv getestet, wahrscheinlich in Lager gesteckt. Und 2021 hätte man alle, die sich nicht dieser sogenannten Impfung unterziehen, eben vielleicht auch in Lager gesteckt. Wenn die Mehrheitsmeinung so ist, glaubt ihr wirklich, dass er mit einer VV irgendwo weiterkommt? Darum geht es letzten Endes. Er macht sich Gedanken, der Markus Reins, was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Und man kann rumkrakehlen, man kann, es geht jetzt nicht um Unterwanderung, sondern es geht letzten Endes um Folgendes. Damals wurde uns das ja eingetrichtert, aber es ist gar nicht so falsch. Engels, Friedrich Engels sagte am Grabe von Karl Marx, der Mensch muss erst mal für Essen sorgen, für Trinken und er muss wohnen können und sich kleiden können und dann kann er sich mit Politik beschäftigen. Und ich finde, das sind Dinge, die letzten Endes einen gemeinsamen Slogan für alle, die auf die Straße gehen, darstellen sollten. Man könnte sagen, gut, Offenheit und Umbau. Aber ich weiß nicht, ob das die Masse der Köpfe erreicht und schon gar nicht, wenn man es auf Russisch ausspricht, dann wissen die überhaupt nicht, worum es geht. Vielleicht die Alten noch, die das noch kennen, Glasnost, die Piares Troika, das ist vielleicht noch so eine Sache, aber an sich müssen wir Themen finden und jetzt sind Sie, liebe Zuhörer, aufgerufen, diese Themen zu finden. Und zwar, die alles das vereint und denen sich wirklich jeder ganz normal anschließen kann. Also nicht so ein Kram wie, wir müssen BRD, GmbH und diesen Kram und Deutsches Reich wieder in den alten Grenzen erschaffen. Das ist alles Quatsch, darum geht es nicht. Das versteht die Masse eh nicht. Das kann man alles später vielleicht mal diskutieren. Aber jetzt sind es die wichtigen Dinge und zwar die Grundbedürfnisse. Die müssen geklärt sein. Die müssen für alle wieder erfüllt werden, diese Grundbedürfnisse. Und dafür brauchen wir jetzt praktisch gemeinsame Themen. Markus Heinz sagt auch Politikerhaftung. Ja, 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 ist ja alles schön, ist aber alles rechtlich und vor allem in der derzeitigen Zeit totaler Quatsch. Er hat gute Vorschläge, deswegen werde ich seine Beiträge auch noch mal verlinken. Er hat gute Vorschläge. Ich finde, der beste Vorschlag ist im Moment, dass wir wieder alle auf die Straße gehen für Frieden. Für Frieden. Und mein Vorschlag ist, miteinander reden. Nur miteinander reden. Ich bin sehr offen für neue Vorschläge, aber nicht für Gemecker oder ach, danke für den Beitrag. Das ist unwichtig. Darum geht es nicht. Wir haben genug zu tun. Wir müssen wirklich, und jetzt bin ich wieder dabei, eigentlich nur, um die Werbung zu verhindern, die YouTube sonst bei mir zwangs ausschaltet. Trotz alledem. IQ ist nichts. Unbildung ist wirklich alles. Und da müssen wir mit Bildung wieder dagegen halten. Aber dazu müssen wir erst die Leute erreichen. Und wenn wir die nicht erreichen, hat es keinen Sinn. Und da brauchen wir jetzt wirklich gute Slogans, sage ich jetzt neudeutsch dazu, die alle Leute, die dann um ihre Grundbedürfnisse sich kümmern müssen und die erfüllt haben wollen, die alle diese Leute vereinen und auf die Straße bringt. Ich wünsche noch einen SS, also schönen Sonntag. Ich kürze gerne ab und verbleibe mit besten Wünschen und Grüßen. Na dann, macht was, aber macht's gut. Ich kürze gerne ab.